Hallo und herzlich willkommen zum Citizen Report. Wir befinden uns auf Grimhex und die Aufnahme jetzt dürfte Heiligabend 2019 rauskommen. An dieser Stelle wünsche ich dann mal ein großes Fest und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Zeit, jetzt über die Feiertage ein bisschen intensiver Star Citizen zu spielen. Okay, was machen wir heute? Zum einen wollte ich hier nochmal irgendwas erklären. Das hatte ich letztes Mal, glaube ich, nur so grob überflogen. Das sind diese Terminals. Da kann man jetzt sich einloggen. Und da habe ich mein, ja, mein, wie soll ich mal sagen, mein polizeiliches Führungszeugnis. Der Gülli hat No Outstanding Finals. Die könnte ich, wenn ich welche hätte, hier bezahlen. Und, ja, was soll das sein? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, wir kennen das ja, wenn wir mal irgendwie, ja, ohne Genehmigung gelandet sind oder das irgendwie nicht richtig hingehauen hat, dann kriegen wir ein Criminal Crime Stat. Das ist jetzt wohl nicht mehr so, sondern das Schiff wird beschlagnahmt. Das steht dann auch im Schiffsdisplay als beschlagnahmt und nicht mehr als normal gelagert. Und wir haben, ja, so eine Art Bußgeldbescheid. Und entweder können wir abwarten, bis das von alleine das Schiff wieder freigegeben wird. Oder wir können an diesem Kiosk, ja, das Ticket bezahlen. Und dann ist die Sache auch wieder bereinigt. Was wohl auch ist, wenn man das zu lange stehen lässt oder sich da immer mehr aufsammelt, dann kriegt man letztendlich doch dann irgendwie Crime Stat. Also finde ich schon gut, wenn man dann jetzt mal irgendwie aus Versehen gelandet ist, ohne Landegenehmigung oder sowas, kann ja mal vorkommen, dass man dann nicht gleich Crime Stat bekommt. Was wir noch haben, ist auf der Taste 0, die ja auch die Targets löscht, wenn man im Schiff ist, kann ich jetzt die Fäuste erheben, wenn ich im FPS-Modus bin. Und kann dann mit der linken Taste und der rechten Taste ein bisschen umberaden. Und wenn ich beide Tasten drücke, blocken. Wenn ich die Taste länger gedrückt halte, dann gibt es so einen Power Attack. Der geht natürlich auch auf die Kondition. Das funktioniert hier in Grimm-Hacks jetzt, obwohl da oben das keine Waffensymbol ist. Wie sich das dann genau ausgestaltet, weiß ich noch nicht. Ob das Waffensymbol dann nur für Feuerwaffen gilt oder eben auch für diese Milie-Geschichte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist jetzt eher so ein Test, dass wir also auch rumboxten können. So, wir gehen mal eben los und nehmen wir zu, dass wir noch eine kleine Mission fliegen jetzt zu Weihnachten. Achso, Moment, ähm, der Willis Klimm, genau, das können wir doch eben, das machen wir auch eben. Wenn denn das Mobi-Klass mal funktionieren würde. So, und zwar, wo ist er denn? New Busy. Outlisted. Ruto. Ich weiß jetzt noch, Moment nicht. Ah, da, genau, Appointment. Diesen Willis Klimm, den kennen wir ja schon, da haben wir ja mal so ein kleines Päckchen für transportiert. Der ist jetzt hier auf Grimm-Hacks. Wir nehmen das mal an, machen wir da so, ich hoffe mal, dass das eine relativ kleine Operation ist. Und zwar versteckt er sich jetzt hier, dieser Eingang ist wohl dazugekommen. Also die Mission-Giver haben sich so ein bisschen, ja, die Position geändert. Der Malz Eckert ist auch nicht mehr da, wo er vorher war. Der ist jetzt auf, weil er nicht vorher im Lohrfeld ist, jetzt ist er auf Leskieler umgekehrt. Moment nicht, jetzt ganz sicher. Ja, ihr wisst ja, ne, mein Namensgedächtnis. So, ähm. Ruckeln ein bisschen. So, da ist ja der Welles. Moinsen. Das ist ja der, der so gut aussieht. Also so fit. So, you invited me. Na, okay, wieder eine, ne. Droh-Mission, schätze ich mal. Batch of Slam. Take the package over to a stash house on Sellen and leave it there, my people will take it. Ja, komm, dann machen wir das doch eben. Aber, ja, ein großes Katschen tut er nicht mehr, oder was? So, okay, hier kriegen wir das. Das war, glaube ich, bei damals, wo wir das gemacht haben, auch so. Pick up. Ah, klappt nicht. Pick up Slam Fableski. Ich kann dein Paket nicht nehmen. Fuckish. Ah, yes. Äh, stow. Wo ist das Problem? Willst du die Medikamente nicht doch lieber selber nehmen? Das ist aber schon eh wie witzig. So, das müssen wir nach Sellen bringen. Das haben wir, glaube ich, schon mal in ähnlicher Form gehabt. Und da war ich dann zu blöd, das abzuliefern. Weil ich die Taste nicht kannte. Das ist ja jetzt die Taste 6, glaube ich, um Mission-Items abzulegen. Eh, merken. So, okay, da brauchen wir ja nicht mal ein Schiff hier mit Transportmöglichkeiten. Also Cargo-Platz, weil da ist ja nur so ein kleines Tütchen. Na, ne, Platz. So. So. So, was hier jetzt auch neu ist. Hier der Durchgang ist jetzt auch offen. Hier war ja auch immer diese Absperrung. Und, ähm, ja. Hier sind jetzt so Fahrstühle. Funktionieren aber noch nicht. Na, also hier wird wahrscheinlich auch demnächst noch was Neues kommen. Elevators. Keine Ahnung, wo die hinführen werden. Werden wir dann sehen. So. Dann gucken wir mal. Die Raven, die ist auf D-Mal noch. Ja, ich spiele ja auch zwischen den Folgen, machen wir schon selber rum. Ja, was nehmen wir denn da eben? Wo sind die Pistis da? Also bei der Pistis hat sich da was geändert. Und zwar sind die Waffen jetzt gimbled. Wohl deswegen müssen wir sie jetzt nicht fliegen. Ja, die Raven dauert noch ein bisschen. Wir nehmen mal die Arrow. Ich mag die Arrow. Ich hatte die eigentlich nur als LTE-Tone gekauft, weil die nicht so teuer war. Ne, was brauche ich? Einen Leichenfighter, wenn ich einen guten habe. Na? Und, ähm. So, aber sie gefällt mir. Kleinwendig. Mal gucken, vielleicht fasst sie hier auch in die Carrick nachher rein. Also lassen wir auf jeden Fall dann nochmal ausprobieren, bevor wir die eventuell einschmelzen und upgraden. Da und zu ist die Musik gestört. Weiß nicht so richtig, ob sie durchspielen soll oder nicht. Ich hoffe, das Programmchen stürzt mich jetzt nicht ab. Zack. Okay. Anvil, Aerospace, all systems online. Jo, da warten wir ab nach Selen, wa? Wie heißt die? Error? Sie sieht aus wie so ein Pfeilspitze. So, erstmal aus dem Wooling hier raus. So, mal gucken wir mal auf den Plan. Gucken wir mal auf den Plan. So, geht doch. Selen. Da Selen. Okay, Stash House ist dann, ach, das ist südlich von Port Korea. Können wir ja auch gleich da hinfliegen. Bevor wir dann auch wieder einen OEM-Marker nehmen müssen. So ist das Symbol. Da. Das haben die auch geändert, dass das ein bisschen, ne? Dieses Viereckige mit den Pfeilen. Rundum. Ein bisschen deutlicher als Missionsplatz zu erkennen. Das hat nicht mehr lange gedauert, dann brauchen wir eine Liste. An dem Computer liegend. Mit der Erklärung für alle Symbole. Was sagt denn die Rückwärtskamera so? Ja. Mal geht's, mal geht's nicht. Nehmen wir die Sache da oben. Was hab ich, glaub ich, noch gar nicht gesagt, ne? Wir sind hier in der Live-Version. Nachdem die Ptu 3.8 für alle spielbar wurde. Ich glaub Freitag, ne? Ist dann Samstag, glaub ich schon, oder Sonntag live gegangen. Ja. Ja, find ich gut. Da können wir, glaub ich, nicht... Ah, ist natürlich nicht sicher dunkel, ist klar. Weil denn da ist Securitypus. Achso, da. Da wollen wir noch hin. Warte, wir bestellen wieder so ein paar Kandidaten aus, die alles abwadern wollen. Ja. Wenn wir Pech haben. Okay, sieht jetzt gar nicht so aus. Wie weit ist jetzt? 2,50. So, dann nützt ja nix. Dann ziehen wir los. Immer hab ich einen Frosch im Hals bei der Aufnahme. Alles zum Verrücktwerden. Juuu. Ah, wie sieht's auch noch mal am Rücken, ich ständig auf der Nase sitzend. Jo, ich war zwischendurch mal auf NEMA und hatte die Mission PI Wanted gespielt. Ich wollte sie eigentlich aufnehmen, aber irgendwie hatte ich ständig Probleme verschiedener Art. Entweder rannten da irgendwelche Leute rum, die in einer Tour den Chat voll gequatscht haben und ich hab das irgendwie noch nicht gefunden, wie man das muten kann. Und dann hat die Mission PI Wanted, die kennt ihr wahrscheinlich, die gibt's ja eigentlich schon ewig. Ähm, hat sich ja auch ein bisschen verändert. Zumindest als ich das letzte Mal gespielt hab, waren das noch so kleine Pads, die überall rumflogen hauptsächlich, die man suchen musste. Jetzt sind das ja so Terminals und Laptops. Äh, ich werd die auch noch mal machen, denn, ähm, die Mission ist wichtig, weil damit andere Missionen freigeschaltet werden. Also, das sind so gesehen so Schlüsselmissionen, die man, äh, mal gemacht haben sollte, damit man dann überhaupt an andere Missionen wiederum rankommt. Also, früher war es mal so, als der Miles Eckert ins Spiel kam, da war, glaub ich, die PI Mission, äh, eine derjenigen, die nötig war, damit man überhaupt was von Miles Eckert bekommt. Ähm, muss ich mal gucken, wie das jetzt ist, aber ich denke mal, das ist immer noch eine Schlüsselmission. Hatte auch schon eine halbe Aufnahme fertig und, äh, da bin ich dann irgendwo, ja, festgepackt. Und, ja, man hätte die Aufnahme stoppen können, neu starten können, wieder an dieselbe Stelle fliegen können, aber das ist auch, klappt dann auch nicht immer. Und, ähm, ja, hab ich mir gedacht, dann lass stecken, dann machen wir heute zu Weihnachten eine schöne, einfache Mission. Und sie sind insofern ja auch neu, weil der Welles ja jetzt auf Grimhex ist. Und, äh, letztes Mal, wo wir das gemacht haben, nicht geklappt hat. Und, äh, denke ich mal, da geht das auch in Ordnung. Ähm. 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 So, sind wir denn mal da? Also, ja, auch mit dem Sound, ähm, ich hoffe, das haut alles so hin. Ich hab mir nämlich jetzt selber ein kleines Weihnachtsgeschenk gemacht und ich hab mir ein, äh, Webcam gekauft. Ähm. Ähm. keine Angst, ich werde meine Visage nicht im, ähm, ähm, in dem Video sehen. Ähm. Ähm. Ich wollte das hier für Star Citizen hauptsächlich. Ähm. 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 Damit man dann auch... Oh. Kommt davon, wenn man hier quatscht und nicht aufpasst. Moment. Also, für dieses, äh, Head Tracking und, äh, Voice over, äh, Face over IP und so weiter. Ich wollte eigentlich warten, dass, ähm, das sollte ja von TIG eine, ja, spezielle Webcam rauskommen, die zusammen mit dieser Faceware Firma entwickelt wird. Ähm. Ähm. Ja, das kann aber noch dauern und, äh, denke ich, da wollte ich jetzt auch nicht länger warten. Und hab mir also jetzt eine zugelegt. Aber ich hab die Einstellung noch nicht alle so, wie ich das haben will. Das dauert noch ein bisschen. Wollte ich eigentlich über die Feiertage jetzt machen. Und dann, äh, ja, kann man Star Citizen da auch jetzt das volle Potenzial ausschöpfen. Die Frage ist nur, ob mein Rechner das mitmacht. Und ich nehme mal an, äh, die CPU wird sich freuen. Und Aufnahme und Face, äh, also FOIP und so, wie das alles heißt, äh, und Star Citizen will wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden. Aber, ja, muss ich jetzt auch testen. Ich hoffe, dass ich in den Feiertagen dazu Zeit finde. Und dann schauen wir mal. So. Ich seh nix. Und jetzt seh ich Nebel. Auch schön. Ups. So. Da ist das Häuschen. Achso, ja, der Wind hier jetzt oder der Nebel, denke mal, das hängt auch mit dem neuen, ja, Wettersystem zusammen. Die haben hier alle Planeten und Mode so ein bisschen überarbeitet in der Beziehung. Ich denke mal, das wird der Grund sagen, warum der hier so dunstig ist. Wo soll ich hier denn jetzt wohl landen, bitteschön? Ja, da ist der Eingang. Ja, da ist der Eingang. Ich hoffe mal, das geht gut. Fahrwerk raus, nicht vergessen. Fischen ausrichten. So. Und dann schauen wir mal, ob er auskommt geht. Ja, ist mir klar. Okay. Er hat es überlebt. Das ist ja ne Scheißwetter hier. Aber es gibt eine Atmosphäre, oder nicht? Kann man mal so sagen. Gefällt mir. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich das Ding hier auch loswerde. Ja. Sieht ja cool aus. Ich würde sagen, ich würde schon genießen. Ja, dunkel alles, aber okay. Okay. So. Die Stimme im Zaun wieder nicht hier, glaube ich. Okay. Ah, hier soll ich das hier auch hinlegen. Also 6er ist da. Oder? Ja. Ähm. Ähm. Und ich hab's doch mal in der Tat. Ja, hab ich nicht. Ach, keine Ehlers. Ähm. Ähm. Ich sag jetzt nicht, ich hab's nicht mit, oder was? Das ist doch. Ja. So. Please. Ja. Please. Oh. Ich dachte schon, das geht wieder in die Hose. Complete. 2000. Credits. Jetzt kann ich hier wieder mitnehmen und klauen. Jo. Fangen wir an. X. Hier sieht das ja aus. Okay. Jo. Dann hat das ja mal geklappt. Was gibt's hier denn? Oh. Ja, stimmt. Hier kann ich ja dann wieder. Genau. Nur hab ich nicht das richtige Schiff dabei. Haha. Okay. 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 So. Kammer macht nix. Kann man nur kurz. Punkt um. Ich guck mal eben, ob ich das hier in die Regel kriege. So. Ne. Schade ist weg. Ich hatte nämlich so ein kleines Geschenkpäckchen gefunden. auf Grim Hex. Das ist jetzt Weihnachten. An einigen Stellen liegen so kleine, bunte, ja. So dieses typische Päckchen mit Schleifchen. Und da, ja. Da gibt's ja so einen Contest, um irgendwelche Weihnachtsvideos zu drehen oder so. Mach ich jetzt nicht. Wo hab ich jetzt gerade, wo das geblieben ist. Aber hat er leider weggeschmissen. Ja. Ist weg. Okay. Dann ist es halt so. Ähm. Jo. Dann würde ich sagen. Wählen wir hier mal die Aufnahme. Wir sind soweit klar. Ich kann dir wie das hier aussieht. Gut. Ja. Also. Wie gesagt. Ähm. Vor Ende des Jahres wird sicherlich noch eine Aufnahme rauskommen. Da müssen wir noch ein paar Tage hin. Und. Äh. Äh. Ich wünsche euch. Ja. Eben gerade. Ein paar schöne Feiertage noch. Und. Äh. Äh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü halb. Untertitelung des ZDF, 2020